Wasser, Stoff. Die Zauberformel für die Energiewende. Kein H2, keine Klimaneutralität. Wasserstofftechnologie ist das fehlende Puzzleteil, um die nicht elektrifizierbaren Sektoren mit grüner Energie zu versorgen. Die Energiewende braucht Wasserstoff. Enabter liefert ihn. Von Nordrhein-Westfalen in die ganze Welt. Die Vision. Fossile Brennstoffe durch grünen Wasserstoff ersetzen. Die Mission. Kosten senken, um Wasserstoff wettbewerbsfähig am Markt zu positionieren. Grundlage dafür sind hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren, die derzeit in PISA produziert werden. Energiespeicherung, Mobilitätslösungen, Industrie. Überall, wo Energie benötigt wird, liefert Enabter eine Lösung. Dieses Know-how kommt jetzt nach Nordrhein-Westfalen und wird auf ein neues Level gehoben. 100 Millionen Euro investiert der Wasserstoffexperte dafür in seinen Enabter Campus im Münsterland. In der geplanten Produktionsstätte sollen mehr als 100.000 Elektrolyseur-Module pro Jahr entstehen. Mit der Entwicklung des Stack-Moduls verfügt Enabter über ein beliebig erweiterbares System für die Produktion von grünem Wasserstoff. Einzelne Stack-Module sind der Kern des AEM-Elektrolyseurs. In Serie geschaltet machen 400 dieser Module den neuen Multicore zum Elektrolyseur der Megawatt-Klasse. Wir haben uns für den Bau unseres neuen Enabter Campus bewusst für Nordrhein-Westfalen entschieden. Und was besonders schön ist, in der Klimakommune Saarbeck können wir unseren Standort zu 100% mit vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie versorgen. Der Bioenergiepark ist einer der wenigen Standorte in Europa, der die ideale Infrastruktur und ausreichend kühne Energie für den Aufbau einer klimaneutralen Massenproduktion liefert. Baubeginn ist im September dieses Jahres. Bereits 2022 sollen die ersten Elektrolyseure das Werk verlassen. Geplant sind 300 neue Arbeitsplätze im traditionellen Energieland NRW. Europas wichtigstem Energiestandort gestern, heute und morgen.